Adidas Wanted Ja hallo, ich bin Veli Kavlak, ich bin 22 Jahre alt, spiel bei Rapid Wien. Hallo, ich bin der Christoph Leitgepp von Red Bull Salzburg. Mein großer Traum ist, dass ich einmal voll viele Zuschauer-Tore machen und gut spiele. Ich finde es einfach schön, in ein riesiges Stadion einzulaufen. Und mit Arsenal, Meister oder Champions League-Sieger werden. Zeig uns, was du kannst und nütze die einmalige Chance, von einem Top-Fußball-Scout entdeckt zu werden. Ich spiele seit meinem siebten Lebensjahr Fußball. Ich habe mit fünf Jahren angefangen zum Fußball spielen. Ich habe sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Dann habe ich mit 20 in Sprung in die Kampfmannschaft geschafft. Schau dir die Übungen auf Scouting Challenge AT an, produziere dein eigenes Video und bewirb dich damit für Adidas Wanted. Ja, ich finde es gut, dass Adidas und Intersport diese Scouting Challenge veranstalten. So hat jeder junge Spieler die Chance, entdeckt zu werden. Super Aktion, finde ich einfach. Du kannst deinen eigenen Weg gehen. Es war halt ein schönes Gefühl, Profi zu werden. Die Übungen, die ich euch vorher gezeigt habe, die könnt ihr wirklich überall machen. Ob es auf einer leeren Wiese ist, im Käfig, im Park. Statt den blauen Hütchen könnt ihr alles Mögliche benutzen. Wasserflaschen, Kartons, alles was ihr in die Hände kriegt. Adidas und Intersport suchen junge Fußballtalente. Mach mit bei Wanted, der großen Scouting Challenge. Dann hast du vielleicht auch du die Möglichkeit, 2011 den Scouts großer internationaler Vereine wie FC Bayern München, FC Chelsea, AC Milan oder Liverpool dein Können zu zeigen. Und vielleicht darfst du schon bald in einer der Jugendakademien der Top-Clubs spielen. Viel Erfolg. Und ja, viel Spaß beim Trainieren. Und ja, viel Spaß beim Trainieren.